Durch die Corona-Pandemie habe ich gelernt, dass es viele berechtigte Meinungen innerhalb unserer Bevölkerung gibt und dass es schwierig ist, diese Enden immer zusammenzubringen. Aber man trotzdem als Politiker in der Verantwortung steht, eine Entscheidung zu treffen. Ich bereue, dass ich während der Pandemie tatsächlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so dermaßen beanspruchen musste, dass es weit über die körperlichen Grenzen hinaus ging, aber mir keine andere Möglichkeit blieb. Ich lag richtig mit meiner Entscheidung, dass ich immer für das Wohl der Kinder gekämpft habe und nicht nur für das körperliche Wohl, sondern auch für das seelische Wohl. Und dazu gehört an allererster Stelle der Präsenzunterricht. Wissen Sie noch, wann Sie von Corona das erste Mal gehört haben? Also ich habe sehr früh von Corona gehört, aber so richtig präsent wurde es dann tatsächlich im März am, das Datum werde ich nicht vergessen, am 12. März, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt Kultusministerkonferenz parallel mit der Ministerpräsidentenkonferenz, damals unter Söder, Markus Söder. Und wir haben uns morgens zum Frühstück getroffen und haben uns über Corona ausgetauscht. Und da war es schon sehr erstaunlich, wie weit wir sozusagen mit Fällen schon in Nordrhein-Westfalen waren, während Mecklenburg-Vorpommern davon gehört hatte, aber noch gar keinen einzigen Fall aufweisen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt. Und wir uns morgens beim Frühstück als Kultusministerin und Kultusminister in die Hand versprochen haben, dass wir die Schulen offen halten. Und mittags wurde dann der Fernseher in den Konferenzraum geschoben und es kamen schon die ersten Gerüchte auf, dass Markus Söder vor die Kamera treten wird. Und als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt uns etwas sagen wird, nicht nur uns, sondern ganz Deutschland. Und das hat er getan. Und er hat uns dann die Entscheidung aus den Händen genommen, indem er nämlich verkündet hat, dass am darauf folgenden Montag die Schulen zu bleiben. Und das war für mich im Besonderen, aber natürlich auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen eine ganz merkwürdige Situation. Wir sind angetreten, allesamt unseren Schülerinnen und Schülern beste Bildung zukommen zu lassen, offene Schulen ihnen zu geben. Und dann wird uns das so aus der Hand genommen. Jetzt sagen Sie schon, Markus Söder war es im März. Die grundlegenden Entscheidungen sind ja eigentlich immer auf Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidentenkonferenzen getroffen worden. Wie sehr hat Sie das manchmal auch vielleicht gestört, dass man das einfach so verkündet hat? Das hat uns alle gestört. Das war keine schöne Situation, in der wir nämlich dann meistens haben die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen zusammen mit der Kanzlerin ja mittwochs nachmittags getagt. Und die Entscheidung kam dann ja oftmals auch in den späten Abendstunden. Wir saßen dann alle gebannt, auch in den Ministerien, vor den Fernsehgeräten und haben auf die Entscheidung gewartet, was es denn am Ende des Tages dann auch für uns hier in Nordrhein-Westfalen heißt. Und dann ging die Hektik los, weil wir dann ja uns in einem Abstimmungsprozess befanden innerhalb der Landesregierung, um die Entscheidung dann herunterzubrechen für Nordrhein-Westfalen. Und es waren ja dann immer Entscheidungen, die nicht einen immensen Vorlauf hatten, sondern wir mussten ja schnell reagieren. Und das war nicht immer einfach. Und das hat natürlich dann auch in der Konsequenz dazu geführt, dass in der Kommunikation es dann mitunter auch problematisch geworden ist. Ja. Wie groß war dann der Druck auf vielleicht auch Sie? Wie haben Sie es persönlich wahrgenommen? Also das ist ja keine alltägliche Situation. Nein, es ist keine alltägliche Situation. Das ist schon richtig. Das hat aber nicht nur mit mir etwas gemacht, sondern natürlich mit dem ganzen Team, was im Ministerium dann an die Aufgaben jetzt gehen muss, schnell gehen muss, sie umsetzen muss. Und das heißt, man muss dann schon unter Druck auch Entscheidungen treffen, für die man mitunter aus Erfahrungen heraus ja eigentlich viel länger in den Diskussionsprozess gegangen ist, um dann nachher alle Seiten mitzunehmen. Und das war nicht immer möglich. Das muss man sagen, ja. Von außen betrachtet hatte man auch oft das Gefühl, es gibt wirklich große Spannungen in der Koalition teilweise. War das innerhalb wirklich so? Also große Spannungen gab es nicht. Nein, das würde ich rückblickend nicht so sehen. Es gab natürlich unterschiedliche Meinungen und es gab, ich sage mal, ein Team Vorsicht und es gab ein Team Vorangehen und vielleicht auch Vernunft an der einen oder anderen Stelle. Und das auszudiskutieren innerhalb der Landesregierung hat natürlich dann auch Zeit in Anspruch genommen und auch viel von einem abverlangt, ja. Wir waren als FDP natürlich der kleinere Koalitionspartner und haben uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle als FDP generell, aber auch im Kabinett nicht mit unseren Vorschlägen, mit unseren Vorangehen auch durchgesetzt. Haben Sie gemerkt, dass sich in der Zeit irgendwas verändert hat? Ja, sicher. Natürlich hat sich was verändert. Das kann man nicht beiseite legen, weil wir haben es ja in der Bevölkerung auch gemerkt. Wir haben gemerkt, den einen gingen die Maßnahmen nicht weit genug und den anderen gingen sie zu weit. Und das hat sich natürlich bemerkbar gemacht, auch bei mir, in meinem Ministerium in Bezug oder beziehungsweise in Bezug auf meine Person, weil Menschen brauchten ein Ventil. Und das hat sich natürlich auch in Demonstrationen, in Briefen, in Dingen wie, man hat mir also unendlich viele Grablichter geschickt und gesagt, jedes Grablicht steht für einen Toten und dafür wäre ich verantwortlich. Also, oder hat geschrieben, man hat schon das Beerdigungsinstitut rausgesucht und man wisse ja, wo ich wohne. Und das sind natürlich schon Dinge, die machen etwas mit einem. Aber das war die Zeit, wo man eben, ja, Entscheidungen treffen musste und die Entscheidung, wenn man Glück hatte, 50 Prozent zufriedengestellt hat, aber die anderen 50 Prozent nicht. Und dann gab es wieder eine andere Entscheidung, da war das Bild genau umgekehrt. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt so. Also in Corona-Zeiten konnten sie es den Menschen in vielen Fällen nicht recht machen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das waren immer die zwei Extreme, in denen man sich befand und dann aber Entscheidungen treffen musste. Haben Sie sich da denn getrieben gefühlt, es irgendwie zumindest ein bisschen mehr als 50 Prozent recht zu machen? Nein, das hat für mich keine Rolle gespielt, sondern ich habe aus Vernunft entschieden und geschaut, immer dann, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, die Kinder von Einschränkungen zu befreien, dann habe ich das durchgesetzt, weil für mich die Kinder, das sage ich ganz deutlich, an allererster Stelle standen. Die hatten ein Recht auf so viel Normalität wie möglich. Und es ging ja nicht nur um die Bildung. Es ging ja auch darum, dass Schulen soziale Orte sind. Dass manches Kind ja nur eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit in einer Schule bekommen hat oder auch heute noch bekommt. Und das zufolge hatte, dass natürlich diese warme Mahlzeit bei geschlossenen Schulen wegfiel. Ich hatte immer den klaren Kompass, die Kinder, dass die ein Recht auf Bildung, auf Teilhabe haben. Das war für mich das Ziel und dafür habe ich immer gekämpft. Und manchmal bin ich überstimmt worden, beziehungsweise ist eine andere Entscheidung getroffen worden. Trotzdem habe ich diesen Kompass nie aus den Augen verloren. Waren Sie auch über diese ganzen Corona Jahre manchmal überfordert? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir mussten halt allesamt Entscheidungen auch in Echtzeit treffen. Es war schon anspruchsvoll. Das war es. Aber nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium. Also die hatten auch keinen klassischen Arbeitstag von acht bis um fünf, sondern die sind morgens um sieben oder wenn nicht gar früher gekommen und haben mit mir abends um zwölf das Haus verlassen. Und da müssen sie sich natürlich auch Gedanken darüber machen, können sie das eigentlich über einen längeren Zeitraum verantworten, hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu belasten. Das war schon auch etwas, worüber man sich als als Hausspitze, als Ministerin noch Gedanken machen musste, weil sie können Menschen nicht über einen so langen Zeitraum so intensiv in Anspruch nehmen, weil das natürlich dann auch irgendwann zu Belastungen, Überbelastungen bei den Einzelnen führen wird. Und das dürfen sie einfach nicht. Und da müssen sie auch schauen, wie sie das regeln. Haben Sie sich denn irgendwann gedacht, okay, jetzt reicht es mir, ich schmeiße hin? Nein, das macht man nicht. Nein. Also man geht natürlich mit den Sorgen, mit den Problemen ins Bett. Man wacht auch morgens mit ihnen wieder auf. Und sie führen auch dazu, dass der Schlaf nicht unbedingt der ist, den man ansonsten hat. Also man schläft sicher ohne diese Entscheidung, die man hat treffen müssen, ein wenig ruhiger. Aber der Körper hält schon viel aus und man funktioniert. Man ist in einer Situation und man funktioniert. Ja. Und das habe ich von Kindheitsbeinen angelernt und das kam mir wahrscheinlich auch in der Situation zugute. Mochten Sie den Job denn trotzdem noch? Ja. Ja. Ich habe den mit Leidenschaft gemacht, ja. Trotz allem? Trotz allem, ja. Jetzt gab es oft die gleiche Kritik, dass die Entscheidungen, die in Ihrem Ministerium gefällt wurden, zu spät kommuniziert wurden. Können Sie das aus heutiger Sicht nachvollziehen? Ja, das habe ich auch damals nachvollziehen können. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es Abstimmungsprozesse gegeben hat innerhalb der Landesregierung, dass es auch Abstimmungsprozesse natürlich in der Ländergemeinschaft gegeben hat. Die sind nicht immer optimal gelaufen. Mitunter hat es die Situation einfach nicht anders hergegeben. Das muss man auch sagen. Zum Beispiel 2021, da galt die Maskenpflicht ja noch in den Schulen bis zu den Herbstferien. Nach den Herbstferien wurden sie dann abgeschafft, die Masken, obwohl die Fallzahlen ja gestiegen sind. Sie haben sich dagegen ausgesprochen, dass die Masken wieder eingeführt werden, aber der Ministerpräsident hat sich am Ende durchgesetzt. Erinnern Sie das noch? Ja, das erinnere ich sehr gut. Und ich stehe auch dazu, ich habe das immer getan und diese Meinung vertrete ich auch heute noch, dass ich gerade was die Grundschulen anbelangt, gerade was die Grundschulen anbelangt, es für immer richtig erachtet habe, die Kinder nicht mit Maske dort sitzen zu lassen. Auch das muss man ja immer erkennen, was die Maske mit einem gemacht hat, was die Maske mit den Kindern gemacht hat. Die haben die ertragen. Mit Bravour. Ich fand das immer großartig. Aber sie haben sie mitunter auch wirklich nur ertragen, weil wir es ihnen aufgelegt haben. Welche Entscheidungen aus heutiger Sicht bereuen Sie denn? Ich finde, das ist immer schwierig zu sagen, weil sie haben ja heute ganz andere Informationen, als wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten. Also ich sage mal, wir haben viel umgesetzt, jetzt mal jenseits von Corona, weil das war ja nicht mehr... Aber Sie erinnern sich ja noch konkret auch an die Tage, an Markus Söder und so weiter. Gibt es eine Entscheidung, an die Sie, wenn ich Sie frage, gibt es etwas, was Sie bereuen, was sofort kommt? Ja, doch, kann ich sagen, dass wir als Ministerinnen und Minister für Schule und Bildung uns nicht stärker durchgesetzt haben, dass wir mit an den Verhandlungstisch kommen, beziehungsweise dass mit an den Verhandlungstisch auch Kinderärzte, Kinderpsychologen, Jugendpsychologen kommen, dass diese Tische, die Frau Merkel ja damals einberufen hat, dass diese ausschließlich mit Virologinnen und Virologen besetzt gewesen waren und die natürlich von ihrer Profession her eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben müssen. Aber dass wir dafür nicht stärker gekämpft haben, dass wir dort auch aus diesen Bereichen Menschen mit an den Tisch bringen, die das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das bereue ich, ja. Würden Sie sich aus heutiger Sicht für manche Entscheidungen entschuldigen? Also für späte Kommunikation in den Fällen, wo es gerechtfertigt war, wo es tatsächlich so war, dass sie zu spät kamen und dass wir hier auch Menschen dann mit dieser Entscheidung nicht mitgenommen haben, überfordert haben. Dafür würde ich mich entschuldigen oder entschuldige ich mich. Aber wie gesagt, noch einmal, für mich stand immer im Vordergrund das Wohl der Kinder, der Jugendlichen. Und das geht nicht nur einher mit dem körperlichen Wohl, sondern auch mit dem seelischen Wohl. Und dafür habe ich immer gekämpft. Und das geht nicht noch.